es hat einfach irgendwie lol ich finde das hat sehr starke performance probleme vor allem was ich nicht so geil fand war das mit dem auto die autos haben sich so so schwamm ich irgendwie steuern lasse dadurch und checkpoint und auch wenn du auf auto drauf fahre bisher schon mal gar nichts passiert das fand ich jetzt auch nicht so japon ist ja es war schon ja es war nicht so gut da sind wir uns denke ich eigentlich ja ich finde das mit dem performance problem war halt einfach ziemlich nervig ich meine so gut ich weiß gar nicht was es empfohlen gewesen ich kann mir eigentlich nicht vorstellen dass eine 780 oder so empfohlen wurde das kann ich mir auch nicht vorstellen ich glaube das einfach wie soft einfach scheiße gebaut also ich komme ich schaffte ich schaff das nicht dann kriegt ubisoft von mir dieses jahr den ea-of-the-year-award ja weil ubisoft dieses jahr einfach das ea war don't worry the water will save you from pain oh what the fuck ich warte hier einfach mal auf dich oh ja ich komme gleich aufs ort ja was mich aber ziemlich genervt ich habe ja das let's play auch abgebrochen ja erstens mit der performance halt ich bin teilweise im let's play auch wenn ich die einstellung ein bisschen runter geschraubt habe bin ich irgendwie auf 30 35 frames oder so gewesen teilweise hat es einfach runter gedroppt noch mal und man hat sogar in der aufnahme auch gesehen okay das geht finde ich gar nicht ja man das ist halt ziemlich scheiße da oben ist kein checkpoint zufällig oder nicht schaust da fliegt nicht runter hoch okay das ist aber darauf ich mich jetzt so freue ich mich schon drauf das kriege ich jetzt so wünsche ich mir zu weihnachten und da hoffe ich dass es was ich mir extrem wünschen wird von ea was auch wahrscheinlich kommen wird niemals kommen wird schnitt vor speed undercron 3 das wäre halt richtig geil ja man und das ist nicht verkacken ja das wäre auch mal wieder nice ja gut watchdogs war halt ist bei mir auch teilweise einfach abgeschnitten okay stand irgendwie watchdogs funktioniert nicht mehr oder so okay billy bist du auch dafür dass wir da oben ein checkpoint hinsetzen ja okay komm lass es machen gerade an der seite oder so wasser runter ne wir machen da treppenwind was nein nehmst du nehmst du einmal mit wasser das ist performance der hölle weg mit einem wasser soll was kuba ist jedoch voll kacke aus das ist doch scheißegal wie das aussieht jung aber warum kann ich jetzt keine leute dran blenden macht mach einfach wasser dran ja du trolle ja ist okay matze ja okay ähm ja das hat mich ja nur übel angepisst das ist aber warum ich es dann abgebrochen habe da hatte ich einfach keinen bock mehr drauf ja das ist einfach scheiße ich meine das kann man ja auch verstehen irgendwo dann ja ich weiß ich kann der binding of isaac kam das dieses jahr doch das kann doch also der binding of isaac 2 kam doch dieses jahr aus oder nicht ja das fand ich das gab es ja bei playstation plus ähm für ume ja das war beim und ja genau ich weiß nicht ob es das bisher gab wirklich geil gab es auf jeden fall geil ja hab ich auch schon ein bisschen gespielt glaubt ja das ist echt lustig es gibt so ein spiel für zwischendurch ja richtig es ist nicht so ein spiel für zwischendurch so wie skyrim oder so aber ja so oh was ich auch richtig krass finde in dragon age ist hm ich guck mal auf die uhr okay es ist acht spiel 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 guck auf die uhr oh es ist eins verdammt so ging ja aber so ging es mir mit hoderschatten genau so ging es mir mit hoderschatten ja ja doch am anfang da war es auch ziemlich so ich habe gezockt dann paar missionen also so ein paar hauptmänner gekillt die uhr geschaut alter zwei stunden rum das kann nicht sein das ist übel so spiele gibt es irgendwie viel zu wenig finde ich aber es sind halt ich meine daran merkt man halt dass es irgendwie rollenspiele sind ja und auch ein gutes spiel ist ich meine auch dass das spiel auch einem spaß macht auf jeden fall mal alter ja übel ja Ich kann ja auch nicht sehen, nein Warum sind die Leitern? Was? Hier drüben Ich gern, wo man von außen ist genommen wird Du bist schon weit, Junge Na klar Du Krasser Ich hab's halt drauf Ja Sowieso Sowieso Wenn Nacht wird, dann können wir eigentlich voll cheaten Jawohl Die ganze Zeit zu springen, okay Oh, es wird Nacht Hm Ja gut Jetzt müsste auch schon neuer sein Ja, also fröhliches neues Jahr an alle Frohes neues Jahr an alle Danke, dass ihr uns auch wieder dieses Jahr beehrt habt Verdammt Ja Wer weiß Vielleicht haben wir Ja Aber wer weiß Vielleicht haben wir bis jetzt hin Weißt du 100.000 Abonnenten Ja klar Easy going Oder 100 Oder 100 Das wär natürlich pornös Ja man, das wär mega pornös Ich glaub dann würden wir auch Neues Format draus bringen Oh ja In der Tat Also wenn du unbedingt wollt, dass wir ein neues Format draus bringen Dann Macht euch 100 Kanäle und abonniert uns mit jedem Genau Nee Ja okay Jeder 50 reicht auch Ja Richtig Alter Hast du es schon geschafft oder? Nee Also ich war Ich war Schon da drüben ja Oh Ich war